ja hallo und sanfte mittagsgrüße an alle zuschauer des jetzigen jfd live trading tvs hier 2015 am 20 august ja wir schauen auf euro us dollar der hier nicht uninteressant daherkommt denn er hat das level von 1 10 1 10 35 roundabout verteidigen können richten wir dazu erst mal den blick hier auf den stunden chart da hat man es unlängst mit so einem abwärts trend kanal einer leicht bullischen flagge schon zu tun will ich fast sagen und die tendenz war dass es hier innerhalb dessen mit bestätigung dieser oberen abwärts trendlinie des kanals eben hier am gestrigen tag durchaus hätte weiter zu rücksetzern kommen können um hier den bereich 1 10 1 10 35 auszutesten das ganze blieb jedoch aus wir hatten hier schon mit den tiefs vom vortag hier im bereich um 1 10 schon einen boden gefunden beziehungsweise nicht 1 10 1 10 20 vielmehr einen boden gefunden und seitdem ging es nach oben letztlich dann gestern abend sie sehen sie an dieser stunden kerze das protokoll der notenbank sitzung fährt wurde ja hier veröffentlicht und das war dann plötzlich hier wieder us dollar bärisch euro bullisch entsprechend schoss euro us dollar raus verließ hier diesen trendkanal und eroberte zugleich auch diesen wochen pivot punkt inklusive dieser unterstützungslinie um 1 10 85 ganz wichtig da sind wir jetzt darüber raus gestiegen und konnten uns auch während der asia session weiter nach oben hangeln ergo euro us dollar hier wieder mit einem aussichtsreicheren bias gehen wir dazu in dem tagesschart vom stundenschart herausgehend sie sehen hier die möglichkeit einer weiteren schwäche war gegeben auch vor dem hintergrund dass gerade der dax und auch die us indizes möglicherweise ein erholungs comeback feiern das blieb aus und hier haben wir nach wie vor die negative korrelation steigt euro us dollar ist es eher ein negativer bias für die indizes und umgekehrt aber da sehen wir jetzt eben aktuell die entwicklung dass es genau umgekehrt läuft und es deutet sich ja beim dax wir hatten es vorhin auch im tv zum dax dass wir hier durchaus noch einige hundert punkte abröckeln könnten was dann ergo euro us dollar weiter nach oben treibt die marke von 1 10 1 10 35 hier diese gelbe ich sag's mal ampelzone fast schon wurde verteidigt gab keine preise darunter abwärts szenario entsprechend nicht aktiviert jetzt ging es vielmehr hier zur option b der markt hat sich stabilisiert mit der gestrigen erholungskerze nach oben ist deutlich nach oben gelaufen und jetzt sind wir hier in diesem bereich der unschwer zu erkennen ist 1 10 55 genau dieses level ist eben als widerstandslevel definiert und dort stehen wir jetzt und da wird es eben jetzt interessant werden hoppla fall hier noch mal drehen wenn der mal sich hier packen lässt so da wird es jetzt interessant was passiert faktisch wir gehen auch gleich noch in 15 minuten intraday chart haben wir noch ein stück weit potenzial beim euro gegenüber dem us dollar das heißt die range bietet hier noch ein stück weit was wir sind hier im schnitt knapp 100 pips unterwegs aktuell erst 74 64 gelaufen hier kann also nach oben noch was gehen zumindest auch hier das hoch vom 12 8 attackiert werden 1 12 das wäre auch so ungefähr die zone wo wir heute im maximum im sinne der average true range laufen könnten hinlaufen könnten und wenn wir das per tagesschluss behaupten dann haben wir hier definitiv eine klare ansage insofern aber insofern dass der euro us dollar hier so ich den symbol mal doch rausnehmen hier oberhalb von 1 10 55 insbesondere von 1 10 12 nach oben aufdrehen dürfte und dann wird es richtig interessant also wir stehen aktuell beim euro s dollar vor einem unmittelbaren widerstandslevel um in der folge wenn wir über 1 11 55 per tagesschluss insbesondere 1 12 14 1 12 rausgehen also hier noch mal eine saubere bullische kerze hinlegen dann sieht sehr danach aus dass wir hier dieses widerstandslevel um 1 14 55 attackieren und da ist dann praktisch die nächste entscheidung fällig faktisch aber sieht ganz gut aus auch die saisonalität stützt dies hier wenn wir mal schauen was die nächsten 20 tage abgehen könnte zunächst ein stück weit seitwärts dann aber rein tendenziell ab ende august anfang september aufwärts das nur so ein leichter rückenwind der sich hier einstellen könnte die aktuelle technische situation viel viel eindrucksvoller und deutlicher wir sind hier kurz vor einem ausbruch der sich hier dann eben weiter bullisch entfalten könnte wenn denn die bullen dann hier auch weiter anziehen auf der südseite erlaube ich mir mal hier die einzeichnung eines aufwärts trends eine aufwärts trendlinie diese sollte hier nicht unterschritten werden bleiben wir oberhalb dieser sieht es rein technisch sehr gut aus auf der südseite insbesondere 1 10 ganz klar der knackpunkt wenn wir hier noch mal drunter gehen dann sind wir recht schnell bei 1 0 80 das dürfte dann die folge sein deswegen machen wir hier mal den plan b fall rein ist aber definitiv aktuell aufgrund des jüngsten bias ist und auch die edelmetalle hatten wir heute auch im devisen radar sehen ja weiter bullisch aus und ich meine die karrelation ist nicht mehr ganz so gegeben aber ergo war es früher auch immer so beziehungsweise in der masse der zeit hat der us dollar eine schwache phase dann ist das gold bullisch schreckstrich dann auch euro bullisch und da wir beim goldpreis von der saisonal bullischen phase stehen oder aktuell uns in einer solchen befinden dürfte auch euro us dollar davon durchaus partizipieren können also das level der bias ist bullisch und es verspricht sich hier einiges an potenzial 1 14 55 ist ein kurzfristiges ziel für euro us dollar sofern wir hier die marke von 1 10 eben definitiv halten mögliche rücksetzer erscheinen hier kauf gelegenheiten wir haben heute nachmittag noch ein stück was an news erst dann träger auf arbeitslosenhilfe wie immer jeden donnerstag 14 30 und weiteres beginnt gerade mal rein schauen wir hier was uns da die news seite noch verspricht sie sehen es hier erst anträge dann haben wir 16 uhr das ist noch mal das wichtige den filifat index hier wird es auch noch mal wichtig wie denn hier die stimmungslage ist insofern index für der frühindikatoren juli auch noch mal dann immobiliendaten also heute am nachmittag einiges da wenn euro us dollar hier noch mal eine schwächephase erfahren sollte dann wäre dies durchaus ein argument hier in diese rücksetzer bewegung einzusteigen aber hier deutet sich vielmehr rein strukturell ein weiterer ausbruch eine weitere aufwärtsbewegung an die hier eben einiges an potenzial verspricht das große bild zum euro us dollar hat sich unlängst der e aufgehellt da war nach wie vor auch die 1 10 hier ganz wichtig 1 10 35 da müssen wir jetzt nicht ein kleiner draus machen sondern größer und die zone in eine grüne zone verwandeln und da haben wir es im prinzip auch auf dem tablett sicherlich haben wir die trendlinie gebrochen die werden wir jetzt justieren hier ist nichts an den märkten in stein gemeißelt muss man hier ein stück weit flexibel sein aber ich erlaube mir die anpassung dieser trendlinie wir haben jetzt hier per se eine angepasste trendlinie hier in der aktuellen wochenkonstellation sieht das nach einer hammer kerze aus zumindest nach einer kerze die hier eben die tiefs wo die tiefs gekauft wurden und hier oben der widerstandsbereich 1 14 1 14 45 round about 55 das ist hier auf jeden fall das nächste ziel level jetzt sollte natürlich euro us dollar nicht wieder in so einer stück weit lethargie fallen ja das wäre definitiv ungünstig hier haben wir übrigens die marke von 1 0 80 1 0 85 auf der südseite wichtiges level gerade wenn es wirklich noch mal abwärts gehen sollte ganz ganz wichtiges level aber wie gesagt die chancen dass wir das unterschreiten sind hier definitiv geschwunden also kurzfristig euro bias bullish gegebenenfalls schalten wir uns nachmittag noch mal auf den euro auf oder stellen sogar noch mal einen schriftlichen check dazu um der allgemeinheit die hier die sendung sozusagen nicht wahrgenommen haben das noch mal zu eröffnen warten wir mal was passiert euro auf jeden fall interessant ich wünsche ihnen jetzt erstmal eine gute mahlzeit falls sie sie noch nicht zu sich genommen haben und verbleibe bis später wenn sie mögen ihr christian kamera und tschüss Lawisten du meine sie auch mit dem man ihr chau aber so practitioners c odynam